Hallo zusammen, Aizocke hier! In diesem Video zeige ich euch den Jagdauftrag Nächtlicher Niederschlag anzunehmen bei Taka in Hammerhead in diesem Takas Pitstop und wie ihr seht es ist Nacht das passt auch, weil der Jagdauftrag ist nur nachts zu erledigen Jagd Nächtlicher Niederschlag und Bedingung ist nachts Ja Jagdauftrag ist angenommen Ich rufe jetzt mein Chocobo Da kann man natürlich auch ohne hinlaufen Mit dem Chocobo geht es allerdings wesentlich schneller Los Kleiner Bei diesem Jagdauftrag darf man so ein Pudding erledigen Der nennt sich Flan Glaube ich Finde ich nicht so schwer Bin auch Stufe 22 Der Jagdauftrag ist glaube ich für Stufe 15 Alles okay? Brauchst du ne Pause? Geht schon Komm schon Zeit für ne Pause So Ich steige hier ab Weil hier irgendwo muss er auftauchen Mein kleiner Chocobo Bisschen zu früh abgestiegen Egal Hier taucht er auf Bäh Kein Fan von Geglibber Sehr schlechte Sicht Putz deine Brille Danke für den Tipp Oh 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 Locken Hast du etwa Wandel? Nicht doch So So Stunde Boah Danke Jetzt bleibt nur noch der Todesstoß Und Jagdziel erledigt Danke Nun kann ich entweder zurück zu meinem Chocobo laufen Und damit so laufen Aber man kann auch zurück zum Regalier auswählen Und schon ist man in Hammerhead Und Dagger ansperren Ach du bist es wieder Damit ist der Jagdauftrag erledigt Hoffe sehr ich konnte euch helfen Ciao HU DZ ab